Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty 1 und ja während das Spiel hier gerade lädt und jetzt auch gleich fertig ist, geht es auch glaube ich los, geht es los mit der Mission und ja wir müssen jetzt das Flugfeld erreichen und währenddessen gibt es hier ganz viele Gegner und die müssen wir sofort töten, die uns sonst Schwierigkeiten bereiten könnten. Und ja, genau das ich von dir wollte. So, ich bin nicht drauf, nein danke. Okay. Zwei auf ein streichen die? Ach so, ja gut, ist mein Fehler gewesen. Guck, das meine ich. Und das passiert, wenn man den, äh, ähm, ähm, Ding schützt nicht, der auch hier eine Panzerfaust hat, wenn man den nicht killt. Kann ich gebrochen für später. Boom! Erste Runde, boah! Habt ihr das gesehen? Überfahren sogar. Ganz gemein. Ganz gemein. Schade. Ach, Gehild. Äh, 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 äh. Das ist gut. Ich versuche es. Dann... 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 Da. Jetzt wollen wir die nicht mehr abschießen, ich habe auch gar keinem Bock dazu. So. Ich nehme erstmal erst den Hülfekasten. Und jetzt geht der nervig geteilte Teil los, da bin ich mindestens x-tausend mal abgekackt mit Sternbrauch erschrocken, weil ich den Typ nicht abgeschossen habe, weil ich nachladen musste. Was aber gut ist, wir müssen das mindestens 50.000 mal noch weitermachen, weil ich die Mission nicht kann. So, das war, das lief gut. Oh, das war auch noch nie. Oh, ja. Wo ist die Panzerfaust gewesen? Die hätte ich gerne am besten gehabt. Die war nicht zuverfügbar. Also ich konnte sie nicht nehmen. Aber immer gut auch immer. Das gibt's doch nicht. Achso, ja. Boom. Hab ich. Das bräuchte ich erst später. Oh, das war knapp. Äh, was? Ja. Genau. Und ich hab kein Heilpaket mehr gehabt. Also geht's ab, wieder nächste Mission. Deswegen müssen wir unsere Panzerfaust ja auch gezielt einsetzen. Und dürfen wir nicht daneben treffen. Nee. Und jetzt. Achso, ja doch. Danke. Ja, ich brauche auch einer. Das war gezielt. Boah, ich bin sicher. Hohohohoho. Die sind übel, Leute. Ah, das geht immer weiter. So lange, bis ich's irgendwann geschafft habe. Und das dauert ewig. Und tot. Äh. Ich mach mal gut. Ja. Ja. Da brauchten wir jetzt mal keine Panzerfaust. So, mehr brauchen wir nicht. Gut, ich hab nicht aufgepasst. Sorry. Ich hab jetzt gewartet, bis so ein LKW kommt. Weil ich weiß, da kommt ein LKW und dann bin ich tot. Das weiß ich. Jo, hab ich. Nö. Das wollte ich nicht. Ja, gut, man hätt's verhindern können. Ja. Oh, der Typ schießt ja auch selbst. Das ist so blöd. Oh, nein. Ich brauchte später. Nein. Ey. Ihr habt's doch gesehen gehabt. Mein Fahnenkreuz war genau bei dem Typen, aber er starb nicht. Das war noch ein Fail. Das war noch ein Fahnenkreuz. Ich hab die mindestens fünfmal im Kopf getroffen, aber er steht trotzdem. Das find ich nett. Das find ich nett. Nö. Das scheiße. Das ist so. Das ist der Name. Das ist so. Das ist so. Weiß. Oh. Ja, Kollege. Hui. Nein. Durch was wurde ich denn jetzt gekillt? Irgendein verrückter Penner, der aus irgendeinem Grund oft mal eine Panzerfaust hat. Lieber Entwickler, warum habt ihr hier so'n Scheiße gemacht? Ganz ehrlich, man hätt's viel easygoing gelösen können. Aber nein, man muss es ja genau ... ... hat überlösen. Er ist nicht eigentlich getroffen. Der Treff zählt uns, nein, zählt ... ... äh, interessiert uns einfach. Ich muss jetzt noch ein Setter wieder runterfahren. So, dann kann ich die Lupe hier rein versuchen. ... Ich lass mir Zeit. Uh. Ich hatte mindestens noch die Hälfte an LP gehabt. Und dann sterbe ich trotzdem. Super Sache, Call of Duty. Ich lieb dich jetzt noch mehr. Super. Der Typ, der Typ lebt aber noch, ne? Ja. Cool. Ist klar. Alle um dich herum treffe ich, aber dich irgendwie nicht. Das ist noch kein bisschen merkwürdig. Nein. Ich treffe den, aber er stirbt nicht. Er kann seelenruhig noch seine verdammte Scheiße dazu. Nö. Ich weiß. Nö. Ich glaub sowieso stehen. Ich weiß was. Äh. Gut, ich hab sie noch. Nö. Nö. Ich glaube nicht. Es ist ein whenever der Turm von den Span... Es ist so fass. Es ist so fass, wie runter? Es ist so markt, meine Güte. Es ist so markt, meine Güte. Es ist so... heftig was soll das denn für eine verarsche sein jetzt habe ich es mal geschafft aber nö panzerfaust trifft nicht aber seine trifft das ist komisch die treffen 1a du kannst das mindestens 100 du kannst das 100 mal machen und sie treffen alle 100 mal das ist wirklich so kopfschuss noch mal hingekriegt das war jetzt muss ich raten was der da kommt die panzer war schuldig noch kurz nachladen ach so ein versuch nicht wie kann ich nicht Das war knapp. Weiter weiß ich nicht mehr, Leute. Weiter kam ich nie. Ich meine, das ist eigentlich Wie könnt ihr mich Ich hoffe, ich bete jetzt, dass wir es haben. Nein, natürlich nicht. Einen Speicherpunkt natürlich auch nicht. Jetzt dürfen wir nochmal neu machen. Super, oder? Mach mal einen Speicherpunkt da rein, Leute. Also, was haben sie sich denn gedacht? Dass man die ganze Mission auf Anhieb schafft? Oder was haben sie sich denn gesagt? Das ist schon egal, was ist mit dem Speicherpunkt an ihr stehen. Man muss nur die Bazookatypen angreifen. Und wenn die Tod sind, dann war es das für sie. Bazooka ist tot. Und die sind auch tot. Was ist tot. Ich bin kaputt, Leute. Ich mag nicht mehr. Besonders, weil es jetzt auch ein paar weitergeht. So, jetzt kommt noch eine Bazooka, Leute. Ah, ne, kommen wir nicht. Oh, kaputt. Ich kann es kaum glauben. Haben wir es geschafft? Scheiß Mission. Ganz ehrlich, ich hasse sie. Ich hasse sie. Deswegen machen wir alles gleich weiter. Ich will hier keins... Ich mache sofort weiter, Leute. Und dann beenden wir am Anfang der Mission. Ist gut? Gut. Kein Bock mehr auf die Mission. Ich hasse die. Jetzt geht es weiter. Aber es geht nicht weiter mit so einem Scheiß, was jetzt gerade passiert ist. So. Ich sage nie wieder was. Ich sage nie wieder was, Leute. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich habe keinen Bock mehr mit dem Feuer. Ich steige aus. Freiwillig. Aber endgültig. Ich habe keinen Bock mehr. Wie? Och nein. Ey, gerade den Scheiß und jetzt schon wieder den Scheiß. Haben wir nichts besseres zu tun, als ständig irgendwelche verdammten Bazooka kaputt zu machen? Ich habe auch meine Besucher eigentlich immer. Aber echt nichts. Oh nein, die liegen sehr schön. Haben auch nichts besseres zu tun. Ich glaube, ich bin sogar nicht.